Umgang mit Gereiztheit anderer Manche Menschen sind schnell gereizt. Manche Menschen sind auch mal gereizt, weil sie vielleicht gute Gründe dort haben. Wenn jemand gereizt ist, dann wäre es klug, eher sanfter mit ihm umzugehen oder eher etwas sensibler. Respektiere, wenn jemand sich in einer Phase der Gereiztheit befindet, lege nicht jedes Wort von ihm oder ihr auf die Goldwaage und probiere, ruhig und gelassen zu bleiben. Wenn du dem Menschen Schwingungen und Gedanken und Gebete der Ruhe schenkst, wird er vielleicht auch selbst wieder ruhiger werden. Und wenn du ihm kleine Gefallen tust und ihm das eine oder andere abnimmst, dann wird er auch wieder Vertrauen zu dir schaffen und vielleicht zu einer ruhigeren Stimmung kommen.